Hallihallo euch meine Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Part von Let's Play Crysis 3. Unser Primärziel ist es, durch den Cell-Sammelpunkt zu brechen und den Liberty Dome betreten. Wir sind ja mittlerweile wahrscheinlich schon drin und kämpfen uns jetzt mit 15 FPS, ne 30 jetzt, nach vorne. Romeo 1, wir sind durch Foxtrot 4 durch. Burnout scharf und bereit. Over. Schön, ähm, gestern habe ich ja den, oder haben wir, wir spielen ja das zusammen, den Bogen bekommen. Und jetzt sind wir offiziell ein Hunter. Geiler Scheiß. Windgeschwindigkeit übersteigt an den östlichen Domwänden die Betriebsgrenze. Ho. Ho, ho, ho. Was ist hier los? Damn, Baby. Das Ding ist verdammt nochmal... Was? Was steht da ein Freund von ihm? Und jetzt gleich den zweiten. Mann am Boden, Mann am Boden, Mann am Boden, Mann am Boden. Haben sie mich jetzt gesehen, oder was? Ist da, Alter? Na komm, Junge, ich hab'n Bogen, du hast keine Chance gegen mich. Ja, ich bin getarnt. Was? Zehn Minuten weg sein. Alles klar? Was, Kontakt? Ne, 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 nix, nix Kontakt. Nix Kontakt. Ja. Er ist weg. Überprüft seine letzte Position. Hier bin ich. Hallo. Na, jetzt bin ich nicht mehr da. Oh. Bogen. Zack. Er macht Jacht auf uns. Alter, ist das Ding geil. Ist das Ding geil. Das, ah. Das haben sie. Also Crytek. Ah, das haben sie wirklich gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Das war eine... monströs... ...geile Idee. Und wo ist denn der letzte? Steht da da oben. Wir werden's gleich... ...erfahren. Energie niedrig. Alter, ey. Los, findet den Kerl. Er findet mich nicht. Einer sollte noch leben. Einer sollte noch leben. Und ob die Sound-Anstellungen jetzt perfekt sind... ...weiß ich nicht. Ähm, der erste Part ist mittlerweile schon... Na, was sagst du jetzt? Tja, er schießt ihn! Der erste Part ist mittlerweile schon oben. Und ich hab jetzt den Endgame-Sound ein bisschen runtergehauen. Eventuell wird jetzt meine Stimme ein bisschen zu laut sein. Aber das wird dann spätestens im nächsten Part gut sein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein. Wo? Wo ist er? Dieser kleine Witzbengel. Witzbengel. Naja. Daten sammeln. Okay. Vorrücken zu seiner letzten Position. Datenobjekt öffnen. Äh, werte Mitglieder der Cell-Direktion. Anbei erhalten Sie den ersten Teil meines Forschungsberichts über Spezies- und Kolonialisierungszyklus der Ceph. Mein Team und ich sind von der Richtigkeit der vorliegenden Daten überzeugt. So bemerkenswert sie auch erscheinen mögen. Hochachtungsvoll Dr. J. Keen. Na gut, das lesen wir jetzt nicht alles. Jetzt kommen sie. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Prophet. Ja, doch, kann ich. Wir finden dich. Ja, ja, ja. Dann find mich. Äh. Ah, da unten. Yeah, yeah. Zack. Oh ja, ich mache Jagd auf euch. Wie ihr es gesagt habt. Ja, jagt uns. Oh yes. Nein. Halt ihn beim Schießen möglichst ruhig. Ja, da ist noch einer. Hä? Warum ist Psycho plötzlich? Hier oben. Ja, scheiße, ne? Gute Nacht, würde ich mal sagen. Kann ich mehr tragen? Ah, jetzt. Im letzten Part hat mich das schon ein bisschen irritierter steht. Kann nicht mehr tragen. Greifen. Hoppala. Kann man hier mit dem Mausrad? Ja, da kann man mal aufs Zeug schmacken. Burnout abgeschlossen. Hoppala. Ups. So. Alles klar, gut. Äh, der Weiser, den gibt es uns aussieht immer noch. Scheiße. Scheiße. Was ist das? Hä? What? Was ist denn hier los? Alarm. Wir müssen uns beeilen. Los. Hacke Ziele mit dem Weiser. Yeah. Drücke N, um Nanovision zu aktivieren. Neues Video freigeschaltet. Kann ich das mit F immer? Hacke sie von hier. Komm schon. Nanovision. Wasser. Ne, deaktivieren. Kodierung Stufe 0. Keine. Warnung. Ja, wie geht das? Ah, drücke F zum Hacken. Ah, das ist auch was Neues. Ah, richtig geil. Drücke F, um welchen Bereich anzuvisieren. Getroffen. Oh. So, getroffen. Hackcodes implementiert. Hä? Was stand da? Was zum Teufel erwartet uns hier? Das ist Zell's Heimatfront. Sie haben hier etwa einen, vielleicht zwei Tausend... Und die Seth? Vergiss sie, Mann. Die Aliens sind erledigt. Das müsstest du inzwischen wissen. Ja, ne, die sind ja nicht erledigt. Dieser Alpha-Seth hat er ja gesagt. Komm, Standardmunition. Oh, ho, ho. Haben wir sonst noch mal hier? Ach, das soll wohl ein Scherz sein. Komm, Schallzeiko, geh hier. Äh, Dr. Hurst. Ah, das muss man abspielen, ne? So. Hören Sie. Sagen Sie Ihnen, mir sind die Risiken hinsichtlich Profit bewusst. Aber meine Labore haben keine Testsubjekte mehr. Er ist der Letzte auf der Liste. Wenn Sie wollen, dass ich meine Arbeit fortsetze, sollten Sie ihn also schleunigst her schaffen. Muss ich Sie erst erinnern, dass der Nanosuit bis heute die einzige Webware-Integration der Seth-Technologie ist? Wenn Profit nicht bis Freitag auf meinem Tisch liegt, scanne ich Sie stattdessen. Aha. Ja, jetzt wird's wohl nix mit dem Scannen. Zeig mir dein Gesicht. Du hast mich aus dem Anzug geschnitten. Zeig mir jetzt dein Gesicht. Das geht nicht kaputt. Tja. Hand gebrochen. Man ist wach, wenn Sie einen rausschneiden. Viele der Jungs sind schreiend gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Du nicht. Gut. Wie kommen wir hier durch? Muss ich was nehmen? Uh. Ja, aber was muss ich machen? Ach, scheiße. No. Komm schon. Gehen wir. Ah, jetzt will er gehen. Yeah, jetzt will er gehen. Info-Download drücken. Aha. Bericht ist ja gar nix Neues. Oder? Nee. Machst du auf oder ich? Du machst auf. Okay, okay, okay. Gut. Ich hab Gänsehaut. Ich bin aufgeregt. Kontrollpunkt. Okay. Ich geb dir Deckung. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Okay. Wähle den Bogen mit drei aus. Alle sechs Bogen. Flüchtlinge geordnet. Sofortige Terminierung erfordert. Sofortige Terminierung. Ja, nee. Geht nicht. Ich muss, äh, wahrscheinlich die Welt nochmal retten. Ihr könnt mich nicht terminieren. Oh, bück dich. So. Das ist gut. Kurz die Energie regenerieren. Ich hoffe, jetzt kommt kein Gegner um der Ecke. Womm. Und. Zack. Mann am Boden. Mann am Boden. Noch mehr da? Scheiße, scheiße. Sie sind hier. Ruft Verstärkung. Äh. Oh ja. Prophet ist zurück, meine Freunde. Brauchen Verstärkung. Ober. Deine Tarnung rettet dich auch nicht, Arschloch. Nicht? Das macht die Sache nicht einfacher. Das macht die Sache nicht einfacher. Sie sind auf der Brücke. Mit. Haha. Macht ihm die Hölle heiß. Macht ihm die Hölle heiß. Genau. Hinten. Okay. Vorrücken zu seiner letzten Position. Nehmt das. Was? Nein, 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 nein. Gesundheit. Kritisch. Ja. Das war ein bisschen offensiv. Der erste Tod im zweiten Part. Yay. Haha. Yay. Okay. Ich gebe dir Deckung. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Ja, ja. Was ist das? Alle sechs Stunden. Schau. Haltet mit dem Rücken, Freund. Mann, er schaltet es erst. Ruf Verstärkung. Alles klar. Äh. Da unten. Ziel ist auf der Brücke. Sechs. Mann, Bilder, sechs. Brauchen Verstärkung. Ober. Und da haben wir da noch einen. Ne, das ist... Das macht die Sache nicht einfacher. Wir sind keine Flüchtlinge. So, Freunde. Ja, die Augen offen halten würde ich, wenn ich euch wäre. Andere Munition. Was habe ich denn hier noch? Superthermitspitze. Hochexplosiv, Verzögerungszünder, ausgezeichnet gegen Panzerung, Elektro-Antimaterial betäubt, große Ziel, Strom befreitelt sich im Wasser aus, Airburst-Pfeilschwitz, Antipersonen-Luft-Detonation-Zünder, ausgezeichnet gegen... Schnelle gegen... Na. Hoppala. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Prophet. Wir finden dich. Hoppala. Ich wollte eigentlich den hier. Aber es sind beide tot. Und das ist... That's what I want. That's what I want. Glaube ich. So, Munition. Ich möchte lieber von... Von... Den Carbon-Detonation-Dingens. Äh. Äh. Ja, ich weiß gerade nicht, was... What? Oh no. Helikopter. Ah. Ah. Gut. Bogen. Das hier, oder? Alles klar. Wo... Wo ist er denn? Wo ist er denn hin? Ach, da drüben sind sie. Alles klar. Ich muss ein bisschen näher ran. Kurz hier regenerieren. Das könnte brenzlig werden. Oh lol, jetzt ist er da hinten, oder? Oder ist er noch da? Ne, da ist er noch. Verdammt. Jawohl. Eine Laser-Ferlin. Die Verlienen habe ich ja immer gemocht. Aber keine Pistole mehr, oder? Nö. Nach egal. Äh, X. Laser. Okay, und was ist das? Schalldämpfer. Ja. Können wir machen. Schalli und Laser. Aber ich will den Bogen. Ah, hier haben wir wieder. Kapo und Detonationsspitzen. Ist es... Da ist ein Gegner. Komm, komm, komm. Steh auf. Verdammt. Jawohl. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Ihr, ihr seht mich nicht. Ich gucke immer noch die richtigen Dinge. Ja. Headshot. Oh, da drüben ist noch einer. Habt ihr das richtig gesehen? Das habe ich richtig gesehen. So macht man das, Freunde. Baggedy, buggedy, buggedy, Headshot. So, und jetzt... Hacken. Okay. Sensor. Okay, den Wellenbereich treffen. Sehr schön. Perfekt. Ich habe schon jetzt drauf. Kontrollpunkt. Oh, ist das eine Granate? Ne. Sah so aus wie Granaten. Ich bin gleich da. Scheiße, planen wir auf. Kriegst du das von deiner Seite aus wirklich hin? Vergiss es. Ich brauche keinen scheiß Taucheranzug. Kann man hier mit F5 speichern? Ne, muss mal warten, bis sie kommt. Was? Bogen. Bogen ist so geil. Ich will gerne einen Kontrollpunkt. Ah. Müssen wir nicht scannen. Ja, ich nehme doch mal die Berlin. Hey. Hey. Böse. Kontrollpunkt. Das trifft sich gut. Das trifft sich sehr gut. Ja. Dann sehen wir uns später wieder. Für diese Abonnenten, die irgend heute, äh, Ni No Kuni oder FIFA 13 warten. Ich denke, FIFA 13 wird wahrscheinlich kommen. Aber Ni No Kuni wird heute mal wahrscheinlich pausiert. Da ich mich auf Crysis 3 stürzen will heute. Und ja. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis später, wenn ihr Crysis 3 noch mehr schauen wollt. Tschüss.